Würde mich sehr freuen, wenn du erklärst, ob es Sinn macht, E-Tier-Notes kauft und vor allem wie und was bringt eine Note. Ich check's nicht, danke. Das musst du bei E-Tier, habe ich mich selber in die Notes noch nicht so reingefuchst. Ich weiß, dass es jetzt verfügbar ist. Musst du dich da selber reingucken. Ich weiß auch jetzt gerade gar nicht, was die kosten. Dazu kommt aber morgen auf jeden Fall noch ein Video, wo ich da auf den Link einmal kurz auch eingegangen bin. Musst du dir ausrechnen, ob das was bewirkt. Also erstens, wie zum Beispiel, ich kenne es ja selber dann nur von den V-Chain-Notes zum Beispiel, hat die Note ja erstmal selber einen Auktionswert. Vorteil dabei ist einfach, dass du natürlich am Netzwerk mit partizipierst. Gegebenenfalls, je nachdem, deswegen ich weiß jetzt selber bei der E-Tier-Note nicht, wie es ist, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe, aber kann es auch sein, dass du ein Stimmrecht bekommst. Das kann dazu sein, die Note selber hat halt einfach den Wert und dementsprechend auch Wertsteigerung, weil bei den V-Tier-Notes ist es ja zum Beispiel so, dass wenn du dich entscheidest, kein Note-Betreiber mehr zu sein und das quasi abwirfst, ist diese Note zerstört und die kann auch niemals wieder hergestellt werden. Das heißt, da ist auf jeden Fall direkt eine Verknappung. Deswegen, diese Notes sind ja komplett deflationär. Deswegen haben die grundsätzlich immer ein sehr, sehr gutes Wertsteigerungspotenzial. Wie das jetzt bei den E-Tier-Notes ist, weiß ich in dem Sinne nicht. Ich meine aber gelesen zu haben, dass du dann auch entsprechend Whitelist-Spots dann für den Launch von Q2, müsste das ja sein, bekommst und für den entsprechenden Token dann. Und generell ist das immer so, wenn du Early-Partizipant beim Netzwerk bist, sei das über eine Note, sei das über Discord, Mithelfen für Airdrops und all solche Geschichten, hast du im Regelfall immer richtig dicke Vorteile und wirst da wahrscheinlich auch Airdrops dran bekommen. Also gerade so früh das zu machen, im Regelfall lohnt sich das immer. Aber ich habe da jetzt, wie gesagt, selber keinen Überblick, was das kostet und was dir das da letztendlich genau zusätzlich für Vorteile einbringt. Häufig ist es auch ein Boost für das Staking zum Beispiel. Ich kenne es ja, wie gesagt, jetzt nur von den VET-Notes. Es ist ja so, wenn du einfach die VET-Token hältst, bekommst du ja VTHO über die Sync-Wallet ausgeschüttet. Und wenn du allerdings Note-Betreiber bist, bekommst du da doch einen Boost drauf. Das heißt, je nach Note bekommst du teilweise 50 oder sogar 150 oder 200 Prozent mehr. Das musst du dir da selber einfach mal einlesen, wie das in dem Fall dann bei den ET-Notes ist, wie sich das auswirkt. Sichere dir einen 10-Dollar-Cashback-Voucher für deinen ersten Trade auf CoinEx. Spare zusätzlich dein Leben lang Gebühren mit dem Link in der Videobeschreibung. Wird es einen Airdrop vom Pique geben? Das bitte ohne UE wahrscheinlich, das meinst du? Peak Network. Ja, wird es. Launch auch nach dem Halving Ende April, wahrscheinlich mit Ionet. Das sind so die Projekte, auf die ich morgen nochmal ausführlicher eingehe. Eines meiner Favoritenprojekte, definitiv. Peak. Also das ist für mich so, dass... Betensor Tau für den Real-World-Asset-Bereich. Absolut. Ja, also Tau, Betensor Tau ist ja Platzhirsch Nummer 1 bei AI. Egal was es ist, egal welche AI du trainieren möchtest, du kannst es über Betensor laufen lassen. Egal was du so anknüpfen möchtest, egal was mit AI zu tun hat, du kannst es über Betensor laufen lassen. So. Und genauso wird es mit Peak Network sein, mit allen Real-World-Assets. Jedes Machine Learning, selbst Lebensmittelindustrie, Luftfahrt, Treibstoff, egal was. Du kannst es tokenisieren, du kannst es über Peak Network laufen lassen. Alles. Egal was geht. Deswegen, ich glaube, das Ding, das wird auch richtig, richtig heftig. Da kommt morgen aber, wie gesagt, nochmal ein ausführlicheres Video zu. Peak hat das Reward-Programm ja jetzt gelauncht, ne? Das hier. Gehe ich morgen in einem Video auch nochmal genauer drauf ein. Da könnt ihr halt schon entsprechend Aufgaben erfüllen, wie Telegram-Folgen, Discord-Folgen, YouTube-Videos schauen und so weiter. Dann bekommt ihr hier Punkte. Und für entsprechende Punkte, dann, die werden euch wahrscheinlich dann für den Air-Drop gut geschrieben. Also da, an dem Reward-Programm könnt ihr schon partizipieren. Das ist das, was... Und Partnerschaft oder Anbindung zu Fetch. Auch richtig gut. Da. Fetch, Peak, Bosch. Deswegen das. Und die sind ja noch nicht mal gelauncht. Das wird so geistesgestört krass, dieses Projekt. Absolut. Völlig verrückt. Also da spekuliere ich mit am meisten drauf eigentlich. Und deswegen ist mir ETH ja auch ein bisschen untergegangen. Weil das ist für mich eher so dieses Sora 2.0. Klar, das wird wahrscheinlich auch richtig krass. So, oder das ist so ein... So ein... Ist es halt nicht. So ein Render-Vernichter oder sowas ist, wie das jetzt jeder zweite amerikanische YouTuber da so ein Video von macht. Aber ja. Das wird durch. Das wird auch durchstarten. Aber mit das Krasseste, denke ich, werden Io, Net und Peak. Das wird einfach verrückt. Absolut.